Maschinengewindeschneider für normale Anwendungen. Herzlich willkommen bei der Firma ProHandling. Heute gibt es wieder ein neues Produktvideo. Heute geht es um unsere Maschinengewindeschneider für normale Anwendungen. Und ich möchte Ihnen kurz erzählen, einerseits, wann lohnt sich diese Ausführung für Sie, wann lohnt sich diese nicht und was sind die besonderen Eigenschaften. Also, wann lohnt sich dieser Maschinengewindeschneider für normale Anwendungen für Sie? Der lohnt sich dann, wenn Sie in normale Stähle oder gut zerspanbare Aluminiumsorten schneiden wollen und für Einzelaufträge oder Kleinserien. Wann lohnt sich dieser Maschinengewindeschneider nicht? Der lohnt sich nicht, wenn Sie in Edelstähle schneiden wollen oder in schwer zerspanbare Werkstoffe und wenn Sie auch mittlere oder große Serien haben. Denn dafür gibt es andere Gewinneschneider, das sind dann die High Performer. Die finden Sie auch bei uns im Onlineshop. So, was sind jetzt die besonderen Eigenschaften, die den Gewinneschneider so ausmachen und auch für Sie interessant machen? Also, der erste Punkt, der ist ganz wichtig. Wir verwenden hochwertige HSSE-Stähle von namhaften Herstellern. Das ist besonders wichtig, weil somit wird gewährleistet, dass Sie auch immer eine gleichbleibende Qualität haben. Das heißt, wenn Sie mit diesem Gewinneschneider 350 Gewinne schneiden können, können Sie das mit dem nächsten auch. Und es sind keine Schwankungen drin, das macht das Ganze kalkulierbarer für Sie. Ein sehr wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist die Geometrien. Die sind so gewählt, dass die perfekt für normalen Stahl passen, dass der Widerstand möglichst gering ist und somit die Standzeit wesentlich höher. Ein anderer wichtiger Punkt ist, alle unsere Gewinneschneider sind unter Vakuum Wärme behandelt und mindestens dreimal angelassen. Dadurch sind sie komplett durchgehärtet und aber auch spannungsfrei. Und der letzte Punkt, der extrem wichtig ist, wo wir sehr viel Wert darauf legen, ist die Oberfläche. Die Oberfläche der Gewinneschneider ist strukturiert und extrem glatt. Das hat den Vorteil, je glatter, desto geringer ist der Widerstand und umso höher ist die Standzeit. So, und jetzt neben den ganzen Eigenschaften ist es für Sie natürlich auch interessant zu sehen, wie der Gewinneschneider die Gewinne schneidet. Das würde ich Ihnen jetzt kurz mal hier an unserer kleinen Platte zeigen. Also wir haben hier normales Stahl mit gelaserten Blechen und da schneide ich jetzt die Gewinne. So, das war jetzt das Gewinneschneiden mit unserem Maschinengewindeschneider für normale Anwendung. Wenn Sie so einen direkt bestellen möchten, unter dem Video finden Sie den Link zu unserem Shop. Da können Sie diesen oder auch andere Varianten in verschiedenen Größen auswählen. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie uns auch jederzeit gern über unsere Seite schreiben, unter dem Video kommentieren oder auch direkt anrufen. Wir beraten Sie gern dazu. Ihnen jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Liebe Grüße von ProHandling. Bis dann.